Ja, ähm, boah, was ich nochmal sagen wollte, ey, was ich mir hier angetan hab, ne, oder was ich mir hier antue mit 4.3, alter, weil ich zitter hier manchmal am ganzen Körper, wenn ich da was schaffen will und was ich schaffe und das, und ich bin richtig angespannt, das ist krass, also das ist Wahnsinn. Puh, das wird, das ist richtig hart, manchmal, das ist schon auf leicht, alter, ich will nicht wissen, wie das auf schwer ist, das kann auch krank werden, das mach ich nur für euch, Leute, wäre gut für mich auch ein bisschen, weil ich hab das noch nie durchgespielt, aber, wenn man weiß, was da alles kommt, Oh, das wird, geht nicht. Ich sehe noch eine Stelle, die kann krank werden, aber das spielt jetzt in der Stadt, glaube ich, und jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, die ich ja meist auch fürchte, sehr. Oh, man, das kann auch krank werden, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, ich hänge jetzt ein paar Hoseblüten rum, ich warte, bis ich aufgeraucht habe, es dauert lieber, aber ein bisschen habe ich noch. Ach, da will ich noch was trinken und dann, ach, alter. Das ist, ich finde den Teil auch sehr Shooter-lastig. Ich meine, gut, das ist ein Horror-Shooter, das ist normal, aber ein bisschen mehr Grusel hätte ich mir schon erwartet. Gut, teilweise ist das auch ein bisschen gruselig, aber, naja. Ich muss aber googeln, wie viele Kapitel es gibt. Weil das ist wie Gronkh bei Grim Tales, was er ja bei, also Grim Tales 7, was er gestreamt hat, also das, genau so geht es mir gerade. Also, ich, meine Motivation ist, naja, okay, dann. Aber ich muss, ich will, ich muss, ich kann nicht, keine Ahnung, ich muss es einfach machen. Gerade wegen der Bart, oh. Oh, Mann. Gut, weiter geht's. Darf ich erst mal was rum, das ist schön. Ziel, nimm die Armacam EPA Startrampe nach Rotwürdig und spüre Beckett auf. Wo kommt der denn her? Ich brauche einen Krankenwagen. Ich brauche einen Krankenwagen. Ich... Oh, eine Pampa, super. Mit halber Munition. Alter, sieht das gesund aus. Da hinten ist einer. Oder sind die anderen Viecher. Dann lasse ich die mal. Dann lasse ich die mal Viecher sein einfach. Na, der sieht ja gesund aus. Der sieht ja gesund aus. Was? Ja, genau, jetzt geht die... Ich wollte eigentlich bei der anderen, ich wollte eigentlich bei der anderen noch gucken. Das ist das Grün... Das ist das Grünlichtmilieu. Na gut, jetzt nicht mehr. Ah, jetzt wieder. Blinkt nur etwas. Hm! Hä, hä, hä. Sollte das nicht gruselig werden? Habe ich mir das nicht gewünscht. Das ist jetzt besser als Rumgeballere. Einfach. Finde ich. Jedenfalls. Ich... So. Muni finden ist immer gut. Na gut, wenn man Muni findet, dann... Alter! Gesperrt. Schade. Wurde eigentlich mal reingucken. Ist das eine Tür? Da auch? Ah. Ha. Gewusst wie. Muni. Hier ist mal Muni. Seelenband. Wieso darf ich eigentlich nur Seelenband sagen? Weil wir das so abgesprochen haben. Na gut. Gut, dass ich nicht spielen muss. Ha, 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 ha. Na, Alma-Puppe. Eine sehr hässliche. Ausstieg! Regeneration verbessert. Ach, super. Ach, wenn ich Alma-Puppen aufnehme, verbessert sich das. Ah, super. Finde ich gut. Alter, das sieht so gesund aus, ey. Ganz ehrlich. Ist man ein Seelenband? Ist hier noch was? Nö. Oh, ich will nicht. Seelenband. Machst du aber gut, Bro. Muss ich mal sagen. Ist ja auch keine große Herausforderung, Seelenband zu sagen. Ja, ich mein ja nur, also... Kannst du ja auch mal spielen, also... Nee, ich will nicht. Ja, ich weiß auch warum. Und jetzt was denn da der Tür wäre, ne? Hier, Rotlichtmilieu. Jetzt hatten wir das Grünlichtmilieu, jetzt haben wir das Rotlichtmilieu. Das haben wir alle durch. Speichere. Ah, toll. Jetzt geht's wieder los, ja. Komm raus da! Alter Wichser. Ach, hier hab ich mal eine andere wieder. Die nehm ich doch glatt. Was ist das? Alter. Ich werde dich schon wieder angespannt. What the fuck ist das gewesen? In die Eier! In die Eier gebrodert. Boah. Wie der geflogen ist gerade. War mir eben nicht sicher, ob ich aufnehme, aber... Ich hab' mal geguckt. Da oben ist einer. Wie hier irgendwas durch die Gegend fliegt, ist immer blöd. Oh, die denn auch Hocke, oder? Wow, da will ich die gar nicht runter. Hier lieber vorbei. Hier hoch wäre auch nicht schlecht. Ist hier noch irgendwas? Oh Mann. Im Grunde will ich ja nicht mehr, aber... Pistolen-Mony. Ist auch gut. Harbour-Market. Waren wir da nicht? Also Markt? Da waren wir doch oder nicht? Weiß ich nicht. Scannet? Scannet? Wir sind ganz genau. Wir sind ja. Wir sind ja. Oh Mann. Wir sind sehr gut. Lass in die Beine von ihr. Oh Mann. Die haben alle Stimmen, glaube ich. Oh, eine Angeverzerrung, wie er gesagt. Oh, ich denke mir, es sind Granaten, die da hochfliegen. Das ist eine. So eine Granaten bräuchte ich später noch, glaube ich. Was geht? Auf Ihren Seite! Shit, shit, Torben! Auf Wiedersehen! We can see if you're moving. Remember to fully cooperate with Armacab personnel at all times. Testing procedures are virtually harmless and will be completed quickly. Take your cover behind the barricade! Let's close it up! Get in there! I'm going, I'm going! Target in the wire! Shit, he just lost an arm! Wer will was? Wo? Da hinten. Alter, wie das da aussieht, ey. Richtig gelitten. Die Waffe ist jetzt nach unten verschwunden. Das wäre blöd. Dann habe ich noch Muni. Muni ist nie verkehrt. Das war sehr gelitten, was ich hier gemacht habe, aber gebracht hat es mir nicht viel. Was Blödes eigentlich. Alter, wie das hier aussieht. Der Boden sieht ja sehr gesund aus. Oh Mann. Das kann ja gesund werden. Hä? Wo muss ich denn... Wo muss ich denn hin, Alter? Muss ich hier landen, ne? Hier zwischen? Nö. Hä? Ist irgendwo was offen? Da, ne? Glaube ich jedenfalls. Kann ich hier auch landen? Was? Soll ich da treffen, ja. Hä? Warum, die treffen mich ja nicht noch. Alter! Blöde Dose. Ich schreck mich ja vom Dosen schon, ey. So weit ist es schon. Da war ich voll mit Money, das ist gut. Das ist eine Leiter, da muss ich gleich hoch. Oh Mann. Eigentlich will ich ja nicht, aber ich muss. Leute, ist gut. Ich weiß, dass hier alles ein bisschen staubig ist und so. Hier macht ja auch keiner sauber, ne? Ist ja gut! Kann man hier nicht mal Kritik ausüben an die Putzfrauen, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, alter. Das geht. Kann man hier noch weiter? Oh. Seelenband. Ich will nicht. Speichere. Speichern ist was Gutes, aber auch was Schlechtes, weil dann kann was Gelittenes passieren. Ich muss hier runter, ne? Ich muss noch rein, das ist noch ein Gefühl, das ist ja auch hier, ne? Joa. Ist ja richtig. Können sie ja auch. Das geht hier ab. Ich kann sterben, alter. Alter, verweilter. Was geht? Alter. Ich hab keine Moni mehr, Leute.